Ein weiteres Zubehör für die GoPro Session. So, moin Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Runde GaxTV. The Frames ist ein Zubehörpaket von GoPro selbst und beinhaltet einmal den Standard-Zubehörrahmen, der auch mit der GoPro Session geliefert wird, so sieht der aus, und den flachen Low-Profile-Rahmen. Und deswegen habe ich mir dieses Paket geholt, denn genau der hier ist der, den ich für meine GoPro Session benutzen möchte. Und dann würde ich sagen, starten wir hier mit dem Unboxing. Zubehörpaket The Frames enthalten, natürlich ohne GoPro Session, aber den Standard-Rahmen mit dem Standard-Buckel und ja, beides gleiche Schrauben, ganz normal. Und ja, diese spezielle Halterung hier, die hier extra für die Low-Profile-Halterung hier ist, so dass ihr das Ganze wirklich direkt an der Oberfläche, an der ihr das Ganze befestigen wollt, wirklich fixieren könnt. Und meines Erachtens ist das hier so die beste Möglichkeit, seine GoPro Session halt zu fixieren, weil es wirklich sehr wenig Platz wegnimmt. Und damit habt ihr sehr viel Spielraum, was das Montieren von der GoPro Session angeht. Und ich bin sehr begeistert von dem Set hier, vor allem wegen der Low-Profile-Montur. Und wenn ihr euch das mal anschaut, der Vorteil der GoPro Session ist wirklich, dass ihr eine kleine, richtig schön kompakte Kamera habt. Dafür ist einfach der Low-Profile-Frame wirklich optimal. Man lässt das Ganze rein, fixiert das Ganze, rastet schön ein und ihr habt trotzdem Zugriff an alle Knöpfe. Man hat dennoch Zugriff auf die Micro-SD und ja, die Kamera ist gut befestigt in der Halterung und lässt sich dann wirklich sehr, sehr schön auf dem Helm montieren. In Verbindung mit zum Beispiel hier der im Hauptlieferumfang der GoPro Session beinhalteten Klebehalterung. Ah, logischerweise, ach genau. In dieser Halterung, sollte man vorher vielleicht beachten, muss man das Ganze hochklappen, den Gumminoppen hochziehen, sodass sich das zusammendrücken lässt. Dann lässt sich das Butterweich hier reinschieben. Der Gumminoppen dient dann sozusagen zur Sicherung. So, lässt sich dann draufdrücken und dann könnt ihr die Kamera drauf ablegen. So ist es nämlich gewährleistet, dass die Kamera immer in Position bleibt und niemals aus der Halterung fällt. Also dadurch habt ihr erstens diese Vibrationsminderung durch diesen Gumminoppen hier. Ist einfach eine schöne, kompakte Halterung. Entweder an der Seite des Helms oder auf der Front fällt das Ganze nicht auf und macht die GoPro Session zu dem, was sie ist. Und zwar einer der kleinsten Action-Kameras, die es im Moment so zu kaufen gibt. Und für den Preis bin ich echt begeistert von dem, was ich hier geboten bekomme. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns dann das nächste Mal zu einer weiteren Runde. Gax TV natürlich. Und bis dahin Gaming Fitness, that's you see on Gax TV. Und bis dahin Gaming Fitness, that's you see on Gax TV.